In monatelangen Verhandlungen einigte sich der neue Ministerpräsident Montenegros Miloiko Spayek von der liberalen Partei PES auf ein Bündnis mit der sozialdemokratischen DPS sowie Parteien der albanischen Minderheit. Montenegro hat eine neue Regierung. In monatelangen Verhandlungen einigte sich der neue Ministerpräsident Miloiko Spayek von der liberalen Partei PES, Europa jetzt, auf ein Bündnis mit der sozialdemokratischen DPS sowie Parteien der albanischen Minderheit. Toleriert wird die neue Regierung zudem von der pro-russisch- und pro-serbischen Partei für ein besseres Montenegro, die als Gegenleistung den Parlamentspräsidenten stellt. Der 36-jährige Spayek will das Land wirtschaftlich voranbringen und strebt eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union an. Bereits im Dezember 2008 hat das Land der EU ein Beitrittsgesuch vorgelegt. Zwei Jahre später gewährte der Europäische Rat Montenegro dann die Status eines Bewerberlandes. Im Juni 2021 wurde der Beginn von Beitrittsverhandlungen beschlossen. Tief schon. In der Tatemacht 22. Untertitelung des ZDF-DF-DF-DF-DF-DF-DF vice. Vielen Dank.